So, einen herzlichen guten, also schönen guten Abend muss man mal eher sagen. Es ist bei uns noch wunderschön hell, deswegen war ich jetzt gar nicht auf Abend eingestellt. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Ausgabe unserer Webinarreihe. Heute zum Thema Leberreinigung. Ich hoffe, dass Sie mich jetzt alle hören können, alle sehen können. Jetzt werde ich mich auch selber mal wieder wegklicken, damit ich mich nicht selber ablenke. Ein Moment. So, hoffentlich ist das jetzt alles hier soweit so gut. Ja. Wir haben heute das Thema Leberreinigung und ich möchte heute eigentlich auf ganz wichtige Dinge eingehen, nämlich wie Sie tagtäglich sich selber unterstützen können, ohne dass Sie jetzt eine große Kur machen müssten oder irgendwie speziell Fasten einleiten müssten, sondern ich werde Ihnen heute erklären, mit welchen Mikronährstoffen, mit welchen Makronährstoffen, welchen Nahrungsmitteln Sie ganz einfach Ihre Leber unterstützen können. Ich werde auch ein bisschen auf die Funktion der Leber und der Zusammenhang Leber und Darm eingehen und auch ein bisschen über die Epidemiologie der Leberkrankungen eingehen und wenn Sie dann zum Schluss noch Fragen haben, können Sie die gerne im Chat stellen und ich hoffe, ich kann sie Ihnen dann beantworten. Aufgaben der Leber und des Darms sind sehr wichtig, weil sie passen einfach zusammen bzw. wir zeigen hier eigentlich mal die Zusammenhänge zwischen Leber und Darm dahingehend, dass die Leber einmal Produktionsstätte ist für verschiedene Substanzen, wie zum Beispiel die Glucose, aber auch Glykogen als Speicherung, aber sie bildet genauso gut auch Ketone aus Fetten und aus Cholesterin bildet sie dann irgendwann auch die Gallenflüssigkeit. Sie bildet wichtige Bluteiweiß und dann auch das zereaktive Protein und auch Albumine und schlussendlich ist es auch ein sehr wichtiges Speicherorgan. Die Leber speichert unter anderem auch die fettlöslichen Vitamine, wie zum Beispiel das Vitamin A oder auch das wichtige Vitamin D und E, genauso wie das B12 Vitamin und Folsäure. Andererseits ist es auch ein Speicherorgan für unseren Eisenvorrat und natürlich auch für unser überschüssiges Fett. Da werde ich dann nachher noch drauf eingehen, weil das ist ein ganz wichtiger Aspekt für die immer mehr zunehmenden Lebererkrankungen. Zusätzlich hat sie aber auch eine ganz wichtige Entgiftungsfunktion. Man kann sagen, dass eigentlich das Entgiftungsorgan schlechthin, neben dem Ausscheidungsorgan Niere und Lunge, wird hier eigentlich alles entgiftet, was in den Körper hineinkommt. Hier werden Erythrozyten abgebaut, das Bilirubin wird wiederverwertet. Hier wird Ammoniak abgebaut, Lactat abgebaut, es wird Steroid-Hormone abgebaut. Das ist vielleicht auch hier ein ganz wichtiger Punkt, an dem ich hier kurz halten möchte. Heutzutage haben immer mehr Menschen auch Probleme, gerade wenn sie zum Beispiel an die Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenüberfunktion oder auch PMS und so weiter denken. Oder auch wenn sie an die Wechseljahresbeschwerden denken, eine nicht funktionierende Leber, wird auch immer ein Überschuss oder ein Mangel an bestimmten Steroid-Hormonen, je nachdem, welche Dominanzen vorliegen. Das heißt, wenn Steroid-Hormone durch eine mangelnde Abbauleistung der Leber zum Beispiel dann sich anhäufen, dann kann es eben hier auch zu Disbalancen in den verschiedenen Hormonachsen kommen. Unter anderem baut natürlich die Leber auch über die Alkohol, die hydrige Nase, den Alkohol ab, aber auch alle Medikamente. Natürlich auch Toxine, Schwermetalle, sonstige Noxen, aber natürlich auch jeder Arten von Erregern. Dahingehend hat der Darm die wichtige Funktion, die Nährstoffe, die im Magen vorverdaut schon mal sind, hier weiter zu verdauen und auch aufzunehmen und weiterzugeben, den Körper zur Verfügung zu stellen und natürlich dann auch in die Leber abzugeben. Und wie Sie wissen noch von dem vorigen Webinar hat der Darm mit seinem Paischenblatt eine ganz wichtige Immunabwehrfunktion. Bis zu 80 Prozent der Immunabwehr sitzen ja hier im Darm durch sekretorische IGA, Antikörper und so weiter. Jetzt, warum spreche ich noch mal hier über den Darm? Hippocrates hat ja schon gesagt, dass alle Krankheiten ihren Ursprung im Darm haben. Und das schon vor 64. Und wenn man sich das mal überlegt, wie tatsächlich jetzt hier die verschiedenen Fortkommnisse stattfinden, also sprich Leber, Dünndarm, Dickdarm, wie die zusammenhängen, dann muss man Folgendes beachten. Die verdauten Nährstoffe aus dem Darm kommen ja über die Vena-Porta zurück in die Leber. Und dort werden die umgebaut, entsprechend abgebaut und ausgeschieden. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel im Darm bestimmte Dysbiosen haben, sprich Verschiebungen von Darm-Mikrobiomen, also wir haben hier zum Beispiel bestimmte Keimgruppen, wie zum Beispiel Proteus oder auch hier die Clostridien, die hier verstärkt Ammoniak produzieren, noch Amine produzieren oder sogar Pocanserogene produzieren können. Da können aber auch die Streptokokken dazu. Wenn man sich überlegt, dass eben hier im Darm verschiedene Darmbakterien auch Gifte produzieren, die dann im Endeffekt in der Leber landen müssen, dann kann man sich vorstellen, wenn der Darm nicht richtig funktioniert, kommen überschüssige Toxine und Endotoxine auch in die Leber und belasten die Leber zusätzlich. Und Endotoxine können zum Beispiel sein, wie schon erwähnt, die Amine, die Clostridien abgeben oder auch das Ammoniak. Und wenn hier zum Beispiel falsche, dann sagen wir mal, eine ungünstige Darmbesiedlung durch ungünstige Bakterien vorliegt, das heißt, wir haben hier mangelnde Milchsäure und wir haben hier mangelnde Fettsäuresynthese, was normalerweise die positiven Bakterien herstellen, dann kann es eben passieren, dass wir hier auch eine Verschiebung des pH-Wertes haben. Der intestinale pH-Wert sollte normalerweise in den tieferen Darmabschnitten im sauren Bereich liegen, also mindestens unter 6,5. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kommen eben auch diese Follneserreger immer mehr zum Vorschein, das heißt, die können sich da auch ausbreiten oder eben auch diese Potriden keimen. Und was das dann zur Folge hat, ist, dass der pH-Wert steigt und das Ammoniak eben dann auch nicht mehr abgegeben werden kann wie sonst, sondern es landet wieder in der Leber. Und wenn wir uns nochmal überlegen, was kann den Darm tatsächlich schädigen, warum kommt es zu Dysbiosen, dann möchte ich einmal kurz darauf hinweisen, dass wir auch ein Webinar zum Thema Mikrobiom haben, das Sie auf der Internetseite finden, aber auch ein Webinar zum Thema Darm, Darmreinigung. Das ist nur mal vorgeschoben, weil der Darm, wie wir jetzt gerade gesehen haben, eben geschädigt werden kann und dann indirekt auch die Leber schädigen kann. Und ich möchte hier unter diesen verschiedensten Aspekten eigentlich hauptsächlich mal diesen Bereich der Fertigprodukte, also sagen wir mal der frittierten und sonstigen Produkte, die also nicht natürliche Herkunft mehr wirklich sind, hervorheben, die aber auch entsprechend ganz viel Konservierungsstoffe beinhalten, die eben tatsächlich Gift für unsere guten Darmbakterien sind. Natürlich auch die Ballaststoffarmut, die dann damit einhergeht, weil die guten Darmbakterien brauchen Ballaststoffe, um kurzkettige Fettsäuren daraus zu produzieren, Nichtsäure zu produzieren, was dann die pH wieder schön sauer hält, was wichtig ist für die Dindarmabschnitte. Aber auch der Bereich Stress und der Bereich Bewegungsmangel, mit dem wir ja gerade sehr stark konfrontiert sind, eigentlich schon fast, ich sage mal, durch Corona jetzt noch umso mehr konfrontiert sind, das ist schon über seit einem Jahr. Wichtig aber auch hier sind die Punkte Xenohormone. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt nicht nur, dass die Leber selber Hormone herstellt, sondern wir können auch durch bestimmte Produkte, die hormonähnliche Strukturen haben und dann auch die gleichen Hormonrezeptoren andocken können, wir haben eine ähnliche Funktion wie Hormone. Und das sind zum Beispiel diese ganzen Metallarten und Weichmacher und so weiter. Und ich möchte hier auch noch den Bereich Pestizide, Herbizine, Feizstaubbelastung, aber auch die ganzen Plastikmoleküle, die wir mittlerweile überall haben und vor allem auch das Titanoxid, welches nach wie vor in Deutschland erlaubt ist, während die Franzosen es letztes Jahr schon längst verboten haben. Übrigens, dieses Titanoxid finden sie überall. Es finden sie vor allen Dingen auch in Fertigprodukten. Ich denke da nur mal an zum Beispiel Donuts, die mit weißer Glasur überzogen sind, wo man gern zum Weißmachen noch ein bisschen Titanoxid beimischt oder Zahnpasta, also es gibt fast überhaupt keine Zahnpasta, die das nicht beinhaltet oder Sonnencremes oder auch viele, viele Tabletten. Selbst Nahrungsergänzungsmittel haben Titanoxid mit drin. Also hier möchte ich wirklich ganz stark darauf hinweisen, wie sie selber daheim darauf achten können, auf ihren Patienten das mit auf den Weg geben können, und dass sie sehr viel schnell alleine daheim machen können, um den Darm, die Darmbakterien zu schützen. Medikamente ist ein ganz großer Bereich, da darf ich jetzt nicht darauf eingehen. Und natürlich gibt es auch jede Menge Krankheitserreger, die unseren Darm schädigen können. Ich sage jetzt hier einfach insbesondere auch Bakterien, die dann später mit Antibiotika behandelt werden müssen. Ja, weil wenn die Darmbakterien, sagen wir mal, verschoben werden in ihrer Zusammenstellung, dann kommt es irgendwann zu einer chronischen Entzündung an der Darmschleihaut. Und ich habe das hier mal einem Beispiel, einem Tierbeispiel darstellen wollen, weil es sehr schön veranschaulicht ist. Hier hat man nämlich ein Mausmodell genommen, wo man ein synthetisches, humanes Mikrobiom in sauberer Mäuse, die kein anderes Mikrobiom drin hatten, beimpft hat. Und dann hat man überprüft, einmal die Mäuse, die eine sehr ballaststoffreiche Kost bekommen haben, und einmal die Mäuse, die praktisch nur, ich sage es jetzt mal ganz klar, Junkfood bekommen haben. Das heißt, die haben eine sehr ballaststoffarme und vor allen Dingen auch hocherhitzte Fertigkost, die die bekommen haben. Und was ganz interessant ist, dass bereits auch Intermittieren der Mangel an ballaststoffreiche Kost, das heißt, wenn man nicht jeden Tag in Mäusen ballaststoffreiche Kost gegeben hat, hat bereits schon dazu geführt, dass diese Muzinschicht, weil die Polysaccharide aus den Ballaststoffen gefehlt haben, die Bakterien abgebaut haben, um praktisch das als Futter zu nutzen. Das heißt, irgendwann kommt es zu einer erodierten Darmbarriere. Es gibt keine Muzinschicht mehr, die im Grunde die Darmbarriere nach unten hin zum Darm hin schützt, sondern die Bakterien bauen es ab. Und was dann passiert, das kennen Sie alle, da schauen Sie sich gerne auch noch mal das Webinar zum Thema Mikrobiom an. Da gehe ich noch mal eindeutig drauf ein, wie das praktisch verschoben wird, welche Bakterien sich wohin verschieben. Auf jeden Fall kommt es irgendwann zu Darmpermeabilitätsstörungen. Ich kenne das auch mittlerweile als Likigat. Wobei es ist ja nicht so, dass der Darm wirklich vollkommen durchlöchert ist. Die Zellen gehen einfach auseinander ein wenig und bilden größere Zwischenräume, sodass praktisch hier alles ins Blut kommen kann, was da nicht hineingehört. Also bereits intermittierendes Fehlen von Ballaststoffen. Das finde ich sehr spannend. Das bedeutet eigentlich im Umkehrschluss auch, dass Sie täglich grundsätzlich mindestens 30 bis 40 Gramm ballaststoffreiche Nahrung zu sich nehmen sollten, um eben diese Muzinschicht hier nicht zu gefährden und um die Diversität der richtigen Bakterien gut aufrecht zu erhalten. Denn was passiert, wenn der Darm fehlbesiedelt wird? Es entstehen jede Art von Erkrankungen. Ich möchte aber heute nur kurz auf das Thema Adipositas, Diabetes eingehen. Und weil es ja um die Leber heute sich dreht, möchte ich eben auf diese beiden Punkte auch noch mal eingehen, beziehungsweise eigentlich hauptsächlich auf die nicht-algorithische Fettleber. Ich wollte einfach hier noch mal kurz zeigen, eine Dysbiose, der durch entzündliche Darmerkrankungen bewirkt eben auch eine Zunahme des Gewichtes und damit auch die Gefahr steigert sich an einer Übergewichtigkeit, einer Fettleibigkeit zu erkranken. Aber auch diese ganzen Hauterkrankungen wie Psoriasis zum Beispiel, Neurodermitis und so weiter, das sind alles Punkte, die wir später auch wieder bei einer Lebererkrankung finden, als Anzeichen, dass auch die Leber hier überlastet ist. Ja, was hat also Darmfee-Besiedelung tatsächlich jetzt mit unserer Leber zu tun? Da möchte ich hier einfach mal einen kleinen Blick auf das Problem Adipositas eingehen. Wir hatten ja vorhin gesehen, dass die Darmbakterien als, sagen wir mal, als wichtiger, sehr wichtig sind, dass hier im Grunde keine Gigant entsteht. Es ist festgestellt worden, dass zum Beispiel sogenannte Femikoten tatsächlich auch, das sind eher die, sagen wir mal, die schlechten Bakterien, in Anführungszeichen. Man kann eigentlich nicht sagen, dass es schlechte oder gute Bakterien gibt, aber die Bakterien, die eben einfach jetzt vorliegen, wenn jemand übergewichtig ist, hat man festgestellt, dass wir hier mehr Femikoten finden, weil die können zum Beispiel auch sogenannte Ballaststoffe eher, wenn sie überhaupt denn da sind, verwerfen und die können auch viel mehr von Kohlenhydraten und Lignanen zum Beispiel sind die Ballaststoffe aufschließen und entsprechend mehr zu einer Gewichtszunahme führen. Man hat auch festgestellt, dass bei den adipösen Patienten oft das Verhältnis zwischen Femikoten und Bakteritiden im Grunde nicht richtig ausgeglichen ist. Das heißt, wir haben hier häufig zu wenig von den guten Bakterien, die Fekali-Bakterien, Krosnizzi, die mehr dahin gehen und die Akkermansia und Municipales und eben viel mehr von diesen Femikoten. Und jetzt haben wir eigentlich das Thema Leber und ich muss deswegen einfach den Darm vorweg schicken, weil wir jetzt mittlerweile dadurch festgestellt haben, ich es so einleitend versucht habe zu erklären, der Darm belastet nämlich die Leber. Ganz klar, wenn wir Darmpermeabilitätsstörungen haben, dann haben wir eben einen vermerkten Einstrom von verschiedenen bakteriellen Bestandteilen. Sie erinnern sich an die Endotoxine, sie erinnern sich an die toxischen Metabolite, wie zum Beispiel Ammoniak und so weiter, die jetzt einfach von Darm zurück in die Leber kommen. Und das bringt die Leber dazu, dass sie sich irgendwann entzündet, weil sie das nicht mehr schafft, den Abbau von Toxinen und es irgendwann zu einem Leberschaden kommt. Und dadurch, auch durch Entzündungen, das heißt, es ist eine Immunantwort, werden aber auch andere Organe geschädigt, unter anderem zum Beispiel auch die Bauchspeicheldrüse, die man zum Beispiel auch verfetten kann, genauso wie die Leber irgendwann verfettet. Also erst verfettet normalerweise die Leber und dann kommt der Pankreas. Das ist hier einfach ein Zusammenhang und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass andere Organe verfetten, wenn also die Leber nicht mehr richtig funktioniert. Und wir wissen heute, dass jeder dritte Mitteleuropäer mittlerweile an Leberschäden leidet, tendenzsteigend, mit einer Mortalität von 8 bis 10 Prozent. Also, auch hier haben wir feststellen können, in verschiedenen Studien wurde es nachgewiesen, dass Lebererkrankungen häufig einhergehen mit Störungen der Fettverdauung. Sprich, wenn die Leber nicht richtig funktioniert, kann sie nicht richtig Galle produzieren. Die Galle ist wiederum wichtig für die Fettverdauung. Wenn die Fettverdauung aber nicht richtig gewährleistet ist, dann erhöhen sich hier auch Follnisbakterien, die das Fett als ihr Substrat nutzen. Und dementsprechend haben wir vermehrte Follnisaktivitäten im Darm. Damit haben wir dann wieder einen erhöhten Bikarbonatverbrauch. Und damit erhöhen wir dann auch die Puberreserven des Organismus zusätzlich. Also hier haben wir dann auch eine Verschiebung des Säurebaserhaushaltes. Ja, und man hat zum Beispiel auch beim Endstartung einer Leberkrankung, nämlich der Leberzirrhose, feststellen können, dass auch hier die Darmbesiedlung massiv in ihrer Zusammensetzung, was jetzt die guten und die schlechten, in Anführungszeichen, Bakterien anbelangt, aber auch in der Anzahl der schlechten versus der guten eben stark divergiert. Das heißt, wir haben hier zu viele Follneserreger und wir haben zu wenig von den Prosnitzii, kann man sagen, was ich vorhin erwähnte, Bakterienitis. Und deswegen wird man immer eine Lebererkrankung nicht alleine finden, sondern es ist meistens der Darm auch fehlbesiedelt. Und eben, wir haben hier oftmals auch das sogenannte Ligat vorliegen. Deshalb sollte eine Leberreinigung immer auch in einer Darmsanierung einhergehen. Unser Thema ist ja heute, wie können wir unsere Leber regelmäßig unterstützen bei ihrer tagtäglichen Reinigungsfunktion. Das heißt also, ganz klar, wir müssen den Darm unterstützen. Und deswegen möchte ich hier auch nochmal ganz kurz, weil ich mal sehr pragmatisch bin und sehr praktisch veranlagt bin, Ihnen eine kleine Anleitung nochmal geben, wie man den Darm tatsächlich gesund erhalten kann. Und es steht und fällt tatsächlich mit den Ballaststoffen, den sogenannten löslichen und unlöslichen Ballaststoffen, die wir eigentlich nur, sage ich jetzt mal, in unverarbeiteter Nahrung finden. Das muss man wirklich sagen. Also das Beste ist wirklich, wenn Sie 70 bis 80 Prozent Rohkost essen an Gemüse und dazu auch fermentiertes Gemüse, das aber nicht erhitzt werden darf, zu sich nehmen in Form von Chemie oder Sauberat, wie auch immer, weil Sie hier auch die guten und wichtigen Milchsauberbakterien wiederum haben, die wichtig sind für den Darm. Auch resistente Stärke, die Sie sich selber herstellen können, ist ein wunderbares Futter für die gesunden, guten Darmbakterien. Sie können es einmal über abgekühlte Kartoffeln oder Hirse oder Reis, also alles, was, sage ich jetzt mal, Kohlenhydrate beinhaltet, können Sie einmal aufbauchen, abkühlen lassen und am nächsten Tag essen oder dann kühl weiter essen, wie auch immer, weil hier entsteht gute, resistente Stärke, die eben die Bakterien gerne zu sich nehmen. Was wichtig aber auch ist, ist, dass wir regelmäßig darauf achten, mal richtig wenig zu essen. Also am besten das Intervallphasen, das habe ich ja am letzten Webinar auch besprochen, das regelmäßig mal einzuführen, vielleicht ein-, zweimal die Woche, wer kann auch zwei-, dreimal die Woche, das bedeutet, dass Sie nur zwei- bis dreimal am Tag essen und dass Sie hier auch die chronologische, chronobiologische Organuhr mit berücksichtigen und also nicht mehr später als 19 Uhr noch was zu sich nehmen. Fasten ist auch insofern wichtig, als hier die Autophagie, also die Selbstverdauung, angeregt wird von Zellfragmenten, von allem, ich sage jetzt mal, Zellschrott, der erst dann wirklich abgebaut wird, wenn der Darm nichts zu tun hat, also wenn, sprich, kein Nahrungsmittel in den Darm kommt. Das heißt, ab und zu mal ein, zwei Tage Fasten, und zwar wirklich, ich sage jetzt mal, Wasserfasen zum Beispiel unterstützt auch sehr stark die Darngesundheit und damit auch die Lebergesundheit. Wichtig ist auch das gute Kauen, das wissen Sie, aber ich glaube, die allerwenigsten von uns machen es, aber ich möchte es einfach nochmal sagen, es ist einsprechend, es ist A und O und natürlich werden hier auch schon die Verdauungsenzyme über das Gehirn angeregt, ausgeschieden zu werden, sobald ich was im Mund richtig gut verdaue. Und hier sind zum Beispiel auch ganz wichtig, schon mal die Bitterstoffe anzusetzen, weil die Bitterstoffe werden im Mund bereits erkannt über die bestimmte Nervenendigung an der Zunge und wenn Sie also hier schon mal viel Bitterstoffe zu sich nehmen, ob das jetzt in Form von Tinkturen oder in Form von Wildkräutern oder in Form von Heidelberger Kräuter, wie auch immer zu sich nehmen, Sie tun sich hier im Darm und vor allen Dingen dann auch wiederum Ihrer Leber nur gut ist, wenn Sie das täglich machen, weil die wenigsten Nahrungsmittel heute eigentlich noch Bitterstoffe beinhalten, die wurden ausgezüchtet. Es sei denn, Sie gehen jetzt in den Wald, langsam fangen hier schon an zu sprießen und holen sich Ihre erste Wildkräuter zu vor, aber das können die wenigsten eigentlich machen, deswegen sage ich da immer nur Bitterstoffe. Ja, ganz klar, Toxine meiden, das wissen wir und hier noch mal ein ganz wichtiger Punkt, überprüfen Sie auch, sollten Sie wirklich Medikamente nehmen, welche Medikamente haben Überzugsmittel, die wiederum die Darmbakterien schädigen und so weiter und könnte man gegebenenfalls auch auch Medikamente wechseln, die zum Beispiel kein Titanoxid beinhalten oder sonstige Püllstoffe. Ja, hier unten habe ich es noch mal gesagt, Kräuter und Bitterstoffe anregen, ganz wichtig und regelmäßige Einläufe helfen auch dem Darm und natürlich entsprechend auch der Leber. Hier können Sie sich das gerne noch mal anschauen, die wichtigsten Schritte zur Darmgesundheit sind auch immer wichtige Schritte zur Lebergesundheit, deswegen möchte ich hier das noch mal kurz erwähnen. Wir müssen also alle Ausweitungsorgane unterstützen, das sind die Galle, Niere, die Lymphe, natürlich aber auch die Lunge, deswegen ist Bewegung so wichtig. Wir müssen den Säure-Vasa-Puffer unterstützen, es müssen alle Arten von Toxinen, Schwermetallen binden und ausleiten. Das können wir zum Beispiel über Chlorella Alge, wir können das über Kardinaltinkturen, wir können das binden über Mineralerde, Ventonet, was es alles da so gibt. Und grundsätzlich müssen wir aber auch vorliegende Entzündungen natürlich diagnostisch abklären lassen. Über Labor kann man das wunderbar machen, es gibt genügend Parameter, die hier zum Beispiel ein Gigant nachweisen lassen, da können Sie sich an den herkömmlichen Laboratorien natürlich gerne mal sich auch Listen geben lassen und nachprüfen, wenn Sie Patienten haben, die vielleicht, wo Sie Verdacht haben, dass Sie tatsächlich Entzündungen haben, die dort einfach mal einschicken, die Proben und prüfen lassen. Aber auf jeden Fall sollte eine Entzündung vorliegen. Und die Muzinschicht zum Beispiel, das kann man indirekt auch nachweisen, eben schon zu geringen vorliegen haben, dann müsste man hier über Aminosäuren, aber auch über Vitamine, die Entzündung abklingen lassen. Auch hier kann man zum Beispiel durch Ventonit oder durch Ziolyt, das kann man übrigens auch wieder messen, SIGA-Überschuss abfangen und entsprechend damit die Entzündungen im Darm abklingen lassen. Ja, und last but not least ist natürlich wichtig, dass wir Prä- und Probiotika zuführen, sobald sich die Muzinschicht, soll es ja abgebaut sein, wieder aufgebaut haben. Das heißt, wir geben hier aus den Biotika, also das sind Prä- und Probiotika, nehmen wir zusammen. Und das Ganze dauert einfach, ich sage jetzt mal, zwischen zwei und sechs Monate, manchmal aber auch Jahre, muss man ehrlicherweise sagen, je nachdem, ob Antibiotika-Therapien vorgelegen, waren wir nicht. Ja, und auf jeden Fall einen Versorgungsstatus mit Mikronährstoffen, Spurenelemente, Antioxidantien überprüfen. Grundsätzlich, wenn man die Leber gesund halten muss, wählen muss man in Darmgesundheit, das heißt, man muss also wirklich längerfristig auch hier die Ernährung umstellen mit vielen guten, ballaststoffreichen, Präbiotika für die Darmbakterien. Hier können Sie sich nochmal im Zusammenhang alles, was zum Thema Toxin, Histaminbildung, aber auch Entzündungshemmung und Darmaufbau anbelangt, nachschlagen. Da gibt es wunderbare Präparate, die sehr wirksam sind. Und jetzt gehen wir mal tatsächlich nochmal kurz drauf ein, auf die Medizinschicht, weil die so elementar wichtig ist, damit wir keinen Ligat bekommen. Da haben wir nochmal das L-Glutamin, das kennen Sie aus der Darmreinigungspräsentation. Das stellt auf jeden Fall die Darmintegrität wieder her, zusammen mit dem Vitamin B6 ganz wichtig zu nehmen, weil auch das wiederum eine optimale Resorption von L-Glutamin ermöglicht. zusätzlich entgiftet aber auch das L-Glutamin zusammen mit dem N-Acetyl-System, was Sie über die Nahrung zum Beispiel aufnehmen oder das können Sie auch hier als Nahrungsergänzungsmittel natürlich zuführen, den Baustein Lutation, der wiederum ein wichtiges Antioxidant ist. Da komme ich jetzt aber gleich drauf, weil das ist ein wichtiges Antioxidant auch für die Leberentgiftung vor allen Dingen. Ja, und dann haben wir ja vorhin gesehen, dass auch der Säurebasenhaushalt durch Dysbiosen im Darm verändert wird und den können wir zum Beispiel durch Mineralstoffe, wie wir sie hier haben, in denen übrigens auch Spurelemente wie Crohn, Molybden, Zink und Selen vorliegen, die natürlich dann auch entsprechend die Knochensubstanz gut schützen, harmonisieren. Und damit unterstützen Sie natürlich auch die Leerentätigkeit. So, jetzt gehen wir mal auf die eigentliche Thematik, nämlich Leber, Volkskrankheit, Leberleiden. Das ist jetzt nicht meine Überschrift, sondern es ist tatsächlich in aller Munde, leider Gottes, weil wir wissen, dass die Leber heutzutage so stark belastet ist wie noch nie. Man hat sogar festgestellt, wenn wir Leberzellen einmal gemessen, dass in einer einzigen Zelle zwischen 700 und 1200 verschiedene Gifte zu finden sind. Das finde ich schon extremst erschreckend. Und das gibt heute keinen Menschen mehr. Zumindest mal in unserer normalen Bevölkerung, sage ich jetzt mal, die nicht auch eine belastete Leber haben. Ja. Denn wir haben verschiedene Parameter, die die Leber tatsächlich schädigen. Ich will hier eigentlich nur auf ein paar eingehen. Es ist auf jeden Fall mal hier dieses Problem Glyphosat, das immer noch überall verstreut wird. Aber auch hier Antibiotika in Fleisch, aber auch parasitär behaftetes Fleisch, sogar viral belastetes Fleisch. Also das ist alles hier zu finden. Dann natürlich das Lebergift, schlechthin, Alkohol. Aber jetzt ganz besonders auch der Stress, Wut, Angst, Ärger, den wir jetzt seit einem Jahr noch verstärkt spüren da draußen. Man sagt nicht umsonst, die Leber ist das Organ, das durch Wut und Angst und Ärger belastet wird, also auch mental belastet wird. Dann haben wir Noxen wie Nikotin und Tabakrauch. Dann haben wir natürlich die ganzen Medikamente hier, insbesondere die NSARs. Wir haben auch die Antibiotika und so weiter. Aber auch die Zahngesundheit oder die verschiedenen Zahninlays und Kunststoffe, die verwandt werden, die gehen natürlich auch alle über die Mundschleimhaut in unseren Körper. Bei jedem Kaugummiabrieb kommt aus dem Quecksilber, aus dem Amalgamfüllungen immer ein kleiner Bereich in den Körper hinein. Dann natürlich auch belasten wir die Leber, wenn wir häufig Erkältung haben, weil wir eben ein schlechtes Immunsystem haben, weil die Leber baut ja auch alle Arten von Zelltypen ab. Das heißt, wenn wir ständig abgestorbenen Erythrozyten verhäuft haben, dann muss die Leber auch mehr arbeiten. Und jetzt aber ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier machen möchte, ist tatsächlich das schlechte Essen, das zu viele, zu häufige und auch zu späte Essen. Und ganz besonders das absolut degenerierte Essen. denn das führt zu einer Fettleibigkeit. Heute sind mittlerweile in der Weltbefüllung knapp 30% der Menschheit fettleibig und bis ins Jahr 2030 wird es wohl fast jeder zweite Mensch sein, der bereits Adipositas hat. Ja, und durch die Zunahme von Adipositas nehmen auch die Lebererkrankungen zu, insbesondere die Fettlebererkrankung. Es gibt mittlerweile nicht nur eine Übergewichtsepidemie, sondern wir haben mittlerweile auch eine steigende Prävalenz und einen steigenden schwere Grad der nicht alkoholischen Fettleber, die ich jetzt gleich eingehen werde. Und ich finde hier dieses Bild so sehr eindrücklich, weil es doch einiges veranschaulicht, dass der Mensch eigentlich so gemütlich es auch aussieht, sich sein eigenes Grab schaufelt. Der Fettgeist versinkt regelrecht und versinkt im Fett und geht irgendwann unter. Denn die nicht-alkoholische Fettleber ist so weit verbreitet, dass mittlerweile jeder dritte Erwachsene bereits an so einer nicht-alkoholischen Fettleber leidet. Die Abkürzung hier ist die englische Abkürzung von Non-Alcoholic Fat Leber Disease und bis zu 90% der stark Übergewichtigen haben eine nicht-alkoholische Fettleber. Bis zu 70% der Typ 2 Diabetiker haben eine nicht-alkoholische Fettleber. Und ganz besonders besorgeserregend finde ich gibt es, dass bereits fettleibige Kinder jedes dritte darunter schon eine Fettleber aufweist. Wie kommt es denn zur Fettleber? Beziehungsweise Fettleber an sich ist ja nur ein Stadium von einer gesunden Leber kommt es zur Verfettung, irgendwann zu einer Verlarbung, zu einer Nekrotisierung von Leberpanischüben und irgendwann schrumpft die Leber und es kommt zur sogenannten Leberzirrhose. Hier möchte ich noch mal ganz klar machen, dass die Übergewichtigen, also wirklich 90% der Übergewichtigen bereits diese nicht-alkoholische Fettleber aufweisen versus den Alkoholikern, wo sie der zweite ist. Was wichtig ist, wenn die 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 Leber nicht mehr richtig funktioniert, sprich sich kleine Knötchen bilden, also praktisch Vernarbungen bilden und hier Fette sich einlagern, die Leber quasi im Grunde auch von Volumen her nicht mehr genügend funktionieren kann, dann kann eine solche Fettleber auch entstehenden Ammoniak, wir haben es vorhin ja gehört, das kann durch die Darmbakterien entstehen oder auch durch Abbau von Aminen, dann kann die Leber auch hier nur noch bis zu 50% solche Gifte abbauen, das nur mal als Beispiel. Was aber ganz interessant ist und was ich auch erschreckend finde, ist, dass nicht nur fettleibige und übergewichtige Menschen eine Fettleber bekommen können, sondern auch normalgewichtige mittlerweile 15% der normalgewichtigen, wir können regelrecht richtig super schlank sein, haben eine Fettleber. Man nennt sie dann dementsprechend die Tofis, den Outside Fett Inside, das heißt, sie sehen wirklich super schlank aus und haben aber eine Verfettung der Organe, insbesondere der Leber. Und hier weiß man mittlerweile, dass das durch einen starken Fructose Konsum stattfindet, also wenn man hohe Fructose in Form zum Beispiel von Invertzucker, was ja mittlerweile überall eingegeben wird, und man sehr billig hergestellt werden kann, der in der Leber verstockt ist und wird hier als Fett umgebaut. Ich will das gar nicht auf die einzelnen Stufen eingehen, aber ich finde es unfassbar wichtig, weil wir mittlerweile aus USA das herbekommen haben, dass wir eben alles, was wir zu uns nehmen, gezuckert ist und eben auch durch Fructose der Warte belastet ist. Das ist wirklich eine Belastung für unsere Leber, kann man nicht anders sagen. Das heißt, wenn man das nochmal zusammenfasst, ich insbesondere aber auch immer im Zusammenhang mit Bewegungsmangel natürlich und all den anderen Ursachen, wie Sie hier sehen, Alkoholkonsum, Medikation, verschiedene Stoffwechselerkrankungen, Diabeteserkrankungen, aber natürlich auch Viruserkrankungen, die natürlich auch die Leber befallen können. Ich möchte jetzt hier nicht auf Hepatitis A, B, C eingehen oder sonstige Viren, die es ja auch natürlich gibt und die Leber belasten und natürlich auch Vergiftungen, die hier auftreten können. All das verursacht eine Fettleber. Bitte erinnert sich nochmal an das Bild über den Darm. Das alles macht natürlich die Darmbakterien kaputt und das wirkt indirekt auf die Fettleber. Es sei denn, wir haben natürlich die Vergiftungen, die auch speziell die Leber direkt belasten. Und Sie sehen hier auch gleich schon mal kleine Ansätze, was hilft. Das, was ich vorhin für den Darm gesagt habe, gilt genauso auch für die Leber, das sogenannte Leber-Heilfasten, die Leber-Entgiften, da kommen wir gleich drauf. Die Ernährung umzustellen, haben wir vorhin schon kurz angesprochen, ist das Gleiche für den Darm. Akupunktur und Akupressur kann hier auch die Leber-Meridiane wieder aktivieren, aber auch Blut-Ekel-Therapie kann mir sehr gut helfen, da gehen wir und natürlich präventiv alles, was wir hier stehen haben, Toxine auszumerzen, aber auch vor allen Dingen fettarm zu essen und Eiweißreich zu essen. Ich komme gleich drauf, warum. Fettreich heißt 15% aus dem Nahrungsfett machen die Leber auch fett, aber das meiste kommt aus der Lipolyse, das heißt des Fettabbaus der sogenannten Fettzellen der Adipozyten, die im Grunde aus dem Fettgewebe, das sich gerne am Bauch ansammelt, stammt. Also sprich, 60% des Fettes, was die Leber verfettet, stammt eigentlich aus dem Fett, was sich so als Wulst vor unseren Bauch her schiebt. und ungefähr 30% stammen aus Kohlenhydrate und aus Fructose. Es wird neu gebildet und wird dann in der Leber abgebaut. Das eben bei Patienten, die übergewichtig sind und die zusätzlich auch eine Hypertrichlyceridämie haben und auch zu viel, also schon eigentlich eine zunehmende Insulinresistenz. Ja, und zu viel Zucker führt eben zur Leberverfettung. Das haben wir hier veranschaulicht, wenn das Leberfett hochgeht, die Insulinresistenz der Leber zu. Wir haben auch vorhin gehört, dass auch die Bauchspeicheldrüse verfettet. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse, die Alpha- und Beta-Zellen hat, die einmal Glucarbon und einmal Insulin produzieren sollen, das funktioniert auch nicht mehr richtig. Das heißt, der Brutzuckerspiegel geht hoch, der Insulinspiegel geht entsprechend hoch. Ich wandle noch mehr Zucker in Fett um und das heißt, es ist so ein Zirkus mit Iosis, der das Leberfett steigt und steigt und wir sehen äußerlich eine Verfettung, aber insbesondere die gefährliche innerliche Verfettung. Das heißt, wenn die Leber fett wird, entsorgt sie das Fett via Transporter, die Cholesterin praktisch aus der Leber ins Blut schafft, da kommt es dann eben zu der besagten Pankreas Verfettung, zur Insulinresistenzausbildung und selbst auch Glycaron kann nicht mehr, das wird ja in den Alphazellen mit gesteuert, dieser Regelmechanismus funktioniert nicht mehr richtig und irgendwann kommt es dann zu einem metabolischen Syndrom und schlussendlich zum Typ 2 Diabetes. Noch mal kurz veranschaulicht, ich will jetzt die Fettleber einfach nur deswegen angehen, weil die Fettleber am häufigsten vorliegt und weil sie mittlerweile eine Epidemie geworden ist und ich will hier eigentlich nur einen Punkt setzen, dass nämlich die nicht alkoholische Fettleber heutzutage relativ schnell auch in die Leberfibrose gehen kann und die dann wiederum zur Leberzirrhose und schlussendlich zum Leberkrebs. und heute hat wirklich jeder Mensch, wenn man das Weltwein betrachtet, ja, 370. Mensch bereits eine Leberzirrhose, was ich sehr viel finde. Und in vielen Industrieländern ist das mittlerweile diese Leberzirrhose unter den zehn häufigsten Todesursachen zu finden. Und wenn man sich überlegt, was aus einer Leberzirrhose alles dann auch noch passieren kann, dann möchte ich Ihnen hier nur kurz aus der Uniklinik Augsburg ein paar Fotos zeigen. Sie sehen hier einmal die Aszitis, das heißt, wenn die Leber nicht mal richtig funktioniert, fress das Wasser praktisch mit raus und es kommt zu Elektroidstörungen, zu einer portalen Hypotonie, die Niere wird gestört, die Lunge wird gestört, es kommt zu Blutgerinnungsstörungen, wenn man auch die Leber Blutgerinnungsfaktoren herstellt und wenn die Leber nekrotisiert ist, kann sie das eben ja es kommt zu Infektionsherden, weil auch die Immunzellen werden dort nicht mehr hergestellt, das Albumin wird ja nicht mehr hergestellt, andere Proteine, die die Immunzellen eigentlich herstellen oder aus den Immunzellen aufgebaut sind. Das heißt, wir haben hier tatsächlich eine Folgerscheinung aufgrund von einer Leberzirrhose. und wenn man bereits hartnäckiges Übergewicht oder eine ständige Nervosität, Aggressivität, Reizbarkeit und so weiter spürt, oder man spürt, dass die Muskeln verspannen und sich nicht mehr wirklich entspannen wollen, oder dass man sich schlecht nach dem Sport regenerieren kann, dass auch das Bindegewebe nicht mehr so elastisch ist, dass man zum Beispiel Gewichtstreifen bekommt, und dass man aber auch Schmerzempfinden viel häufiger und stärker fühlt und vor allen Dingen dass man auch so Gichtanfällen im Fußzehenbereich zum Beispiel hat, dann sollte man dringend an die Leber denken, weil hier bereits die Leber bereits belastet sein kann. Und wenn die Leber stark belastet ist, dann ist man tatsächlich in einem Leistungsknick. Man fühlt sich nur noch chronisch müde, man hat diese bleiendes Schwere, man hat diesen vernebelten Kopf, man hat eine ständige Gewichtsveränderung, das kann sowohl Gewichtsreduktion bedeuten, aber auch meistens normalerweise Gewichtszunahme. Sie erinnern sich, dass die Steroid-Hormone ja auch abgebaut werden müssen, andere Hormone, die natürlich auch die verschiedenen Schilddrüsenachse und so weiter mit induzieren und entsprechend verändert sich hier dann auch das Gewicht. Aber auch ganz wichtig, wenn die Leber nicht richtig funktioniert, kommt es zu Schlafstörungen, das heißt Durchschlafstörungen vor allen Dingen, man wacht zwischen ein und drei morgens gerne auf, weil hier natürlich die Leberregenerationszeit ist. Die Muskelschmerzen, Kopfschmerzen und Niederschmerzen sind eigentlich springend, heute jeder Kopf, morgen Muskel, dann die Glieder, die Knochen, alles wird irgendwann, ja, soll man sagen, man fühlt sich aber nicht mehr gut. Und das ist ganz wichtig, es kommt natürlich dann auch irgendwann zu Konzentrationsproblemen, weil auch das Fuselalkohol, wenn Sie sich nochmal erinnern an die Endotoxine und sonstige Metabolite, die toxisch sind, gehen natürlich auch über die Gut-Hirn-Schranke und können dann hier auch im Gehirn ihren Schaden anfügen. Plus, es kommt zu chronischen Entzündungen täglicher Art, zu Sehstörungen, zu Hautproblemen, auch PMS, Schilddrussunterfunktionen, es gibt eine ganze Latte von Symptomen, die tatsächlich zurückzuführen sind auf Lebererkrankungen. Und interessant ist, dass die wichtigsten Lebermarker, das GOT, das Gamma-GT, das GPT, normal gemessen sein können und trotzdem bei 30 bis 50 Prozent der Bevölkerung schon eine nicht-alkoholische Fettleber besteht. Tendenz steigend. Ja, das bedeutet, das Wichtigste für den Körper ist wirklich die Leberreinigung, denn die Leber entgiftet in zwei Phasen. Sie macht fettlösliche Moleküle wasserlöslich. Dazu braucht sie hauptsächlich Niazin, aber auch alle anderen B-Vitamine, weil die wiederum die Leberenzyme, die genau diesen Kommunikationsmodus hier durchführen, das brauchen. Das heißt, wir haben hier ein ganz wichtiger Augenmerk auf die B-Vitamine. Die Konjugationsreaktion, das heißt, wenn jetzt praktisch die wasserlöslichen Moleküle ausgeschieden werden sollen, benötigen vor allen Dingen Schwefel, schwefelhaltige Aminosäuren wie Zystein, Glutamin, Glycin, ein Acetyl-Systein, die machen dann zum Beispiel die Toxine wasserlöslich, weil die Enzyme praktisch an einem wasserlöslichen Punkt hier anbinden. Ja, und dann kommt es, man nennt es auch die Phase 3 oder Ausscheidung beziehungsweise Transport der wasserlöslichen Moleküle dann über die Niere auszuscheiden oder über den Darmstuhl bereits auszuscheiden, die brauchen dann eben vor allen Dingen Bitterstoffe. Bitterstoffe, die den Gallenfluss anregen, damit wir diesen Transportweg hier unterstützen können und andere Stoffe aus Kräutern wie der Brennnessel oder Löwenzahn, die die Nierentätigkeit unterstützen, den Harnantrieb steigern, damit die wasserlöslichen Abfallprodukte und Toxine über den Urin ausgeschieden werden können. Ja, und jetzt habe ich hier noch mal kurz zusammen stellen wollen für Sie, dass Sie wissen, was brauchen Sie tatsächlich bei der Entgiftungsunterstützung unseren Leber. Und da haben wir hier noch mal ganz wichtig, wie ich schon sagte, die B-Vitamine, aber da gehören auch Vitamine wie das A und das K, aber auch das Provitamin D3 dazu, dann das Mineral Calcium, dann die kurzkettigen Aminosäuren, weil die wiederum auch die Leber mit aufbauen, Leber in Chym aufbauen, Phospholipide zum Beispiel, die Biomembran der Zellen mit aufbauen, das finden sie hauptsächlich in Grillöl oder auch in den Pflanzen, dann Glutation, aber auch sekundäre Pflanzenstoffe, dann bei dieser Umbauaktion von fettlöslich in wasserlöslich entstehen immer auch freie Radikale, das heißt, wir haben ja auch so gesagt, so gesagt, oxidativen Stress und der muss sofort unterbunden oder halt minimiert werden und deswegen sind hier die Antioxidantien so wichtig. Die wichtigsten Antioxidantien sind die wasserlöslichen, Vitamin C und die fettlöslichen Vitamin E sowie Antioxidantien Selen und die Schwefelverbindung Thiole hier sind wichtig als Antioxidantien und das wichtigste und stärkste Antioxidantien hier ist Discoenzym Q10 oder auch Obikinon ja und auch hier schon das Silimarin aus der Mariendistel welches hier auch als Antioxidant hilft um diesen Ansturm von freien Radikalen abzupuffern und wenn wir jetzt auf die zweite Phase übergehen diese beiden Phasen können gleichzeitig natürlich stattfinden manchmal gibt es aber auch nur die Phase 2 oder die Phase 1 aber eigentlich sind sie also man kann es eigentlich nicht so genau abgrenzen aber schlussendlich ist es sehr wichtig dass wir wissen dass wir unterschiedliche Mikronährstoffe benötigen für die Phase 1 Entgiftung hier entstehen dann Zwischenprodukte die können zum Teil sogar noch giftiger sein als die Eingangssubstanzen das heißt hier muss man sehr schnell schauen dass sie in die Phase 2 konjugiert werden können und hier braucht man eben andere Nährstoffe unter anderem dann verschiedene Aminosäuren schäferhaltigen Aminosäuren wiederum wie zum Beispiel Cystein, Methionin Glutamin die dann eben diese jetzt wasserlöslichen unschädlich gemachten Toxine mit Ausleiten helfen und entsprechend brauchen wir dann hier die Anregungssubstanzen für Galle und Niere und wie können wir das durch die Nahrung unterstützen wir haben ja vorhin gesehen wir brauchen schäferhaltige Substanzen die die Konjugation in Phase 2 vorantreiben das finden wir eigentlich im Grunde in all diesen senfölhaltigen Kohlarten ob das jetzt hier in Form von Keimlingen oder als Radies oder Rettich daherkommen oder als vor allem Brokkoli oder Rosenkohl oder in Form von Samen daherkommen ist egal hauptsächlich täglich viel davon und statt dass wir eben einen Burger einwerfen machen wir es auch besser einen Burger aus Gemüse ja das Kokumin übrigens ist auch sehr wichtiger Antioxidant unterstützt auch die Entgiftungsfunktion der Leber und wenn das nicht ausreicht dann können wir uns helfen indem wir eben noch zusätzlich Substanzen wie das Eglutation Sie erinnern sich das brauchen wir vor allem zu Konjugationszwecken einfach zufügen oder wenn wir auch schwefelhaltiges Substrate zu geben normalerweise finden wir dieses sogenannte MSM dieses Methylsulfonyl Methan auch in allen möglichen Nahrungsmitteln aber leider zu wenig oder oftmals schon kaputt durch Überhitzung und so weiter das heißt hier macht es Sinn auch wenn man mal eine Leber Entgiftungsreinigung machen möchte oder regelmäßig mal die Leber zu unterstützen dass man hier auch mal MSM über ein paar Wochen einnimmt zum Essen dann hatte ich vorhin die Gelbwurz noch angesprochen das ist ein wunderbares Nahrungsmittel das man ruhig täglich auch einnehmen sollte wenn man das aber nicht möchte weil man sich natürlich gerne auch mal gelb macht dann kann man es auch als Pulverextrakt nehmen das wirkt sehr wohl aber auch auf die Magenfunktion und kräftigt die Verdauungsleistung sodass praktisch die ganzen dyspeptischen Beschwerden auch besser werden es verbessert auch die Insulinproduktion erhöht damit auch den Stoffwechsel und den Fettabbau und damit auch wieder die Leber und Senkt den Cholesterin Spiegel und wenn wir jetzt noch mal auf die verschiedenen Pflanzenextrakte eingehen wollen die jetzt die Galle zum Beispiel Gallenausscheidung fördert und aber auch die Nierenausscheidung fördert dann haben wir hier vor allem die Marienliste zu erwähnen die mit ihrem Silimarin sogar in der Lage ist als einziges natürliches Produkt die Leberzellen neu zu bilden das ist wirklich einzigartig in der Natur sie stabilisiert aber auch die Zellmembran ja was für eine Zell-Zellkommunikation wichtig ist und sie kann auch bei toxischen Leberschäden angewandt werden aber hier haben wir es ganz besonders auch bei der Fettleber das finden Sie ja in diesem wunderbaren Produkt LE5 das neben Mariendistel auch alles andere noch dazu vereinigt um die Ausscheidung zu unterstützen der Löwenzahn ist stoffwechselanregend ist hantreibend ist wunderbar einzusetzen bei Leber- und Gallenbeschwerden fördert aber auch die Nierenreinigung die Blutreinigung und die Blasenreinigung kann jetzt vor allen Dingen im Frühjahr wunderbar schon entweder selbst gepflückt werden oder auf dem Markt findet man es mittlerweile Sie können den ganzen Löwenzahn nehmen Sie können auch die Wurzel nehmen Sie können auch dann die anschließenden Blüten nehmen die aber noch ein bisschen brauchen aber am besten tatsächlich die Wurzel und die Blätter ja und zusätzlich gibt es auch noch die Wegwarte die sehr wunderbar auf die Galle einwirken kann aber auch auf die Niere das heißt hier haben wir auch wieder wunderbares Mittel zur Ausscheidung und das finden Sie alles in diesem tollen Komplex dem Rei 2 Komplex der eben neben der Wegwarte auch noch sehr viele andere Kräuter nach spagyrischen Voraussetzungen zusammengestellt hat und hier noch mal darauf hingewiesen die wichtigen B-Vitamine um diese sogenannten Zytokrom-P-Oxidasen die eben die wasserunlöslichen Schadstoffe wasserlöslich machen helfen die brauchen unsere B-Vitamine und insbesondere diese dieses B3 das Niacin aber auch B1 B2 B6 Folsäure vor allen Dingen als 5 Methyl Folat Methyl Hydroxy Folat und B12 die sind elementar wichtig und davon haben wir leider heutzutage auch zu wenigen Nahrungsmitteln so ich habe das Rei 2 schon erwähnt ich möchte hier noch kurz auf eingehen das hilft nicht nur Ausscheidungsorgane Galle und Niere sondern aber auch die Lymphe unterstützt eben auch wunderbar die Lymphe diese kardinaltinktur und sie wirkt auch auf der emotionalen Ebene nämlich das loslassen zu können was ja bei der Leber auch ganz wichtig ist sie erinnern sich Leber Wut Ärger Leberstau also hier kann man auch sagen loslassen entstaut auch die Leber und dann haben wir noch diese Artischocken Unterstützung die wiederum die Gallenproduktion also die Artischocken Extrakte und die Gallenproduktion schon unterstützen und entsprechend auch bei Leuten die zum Beispiel schon die Gallenblase entfernt haben können wir hier wunderbar die Gallenproduktion mit anregen und auch die neue Synthese von Gallensäure aus Cholesterin anregen schützt unter anderem auch vor Gallensteinbildung und entlastet eben bei Leberstau damit und kann damit eben auch dyspeptische Verdauungsbeschwerden entgegenwirken verbessert aber vor allen Dingen auch die Blutlipide nämlich dahingehend dass wir mehr von dem High Density Protein haben oder bekommen im Verhältnis zu dem Schlechten auch hier haben wir eine Kardinal-Thing-Tool die das Ganze zusammen vereint und auch auf der emotionalen Ebene zum Thema Befrei dich selbst und werde du selbst das Ganze schön anbieten lässt ja nochmal zusammengefasst Leberunterstützung sind eben verschiedene Substanzen aus Kräutern die Stoffen und Sulfonyl haltigen Substanzen wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf eine ganzheitliche Unterstützung der Leber eingehen wollen dann werden Sie gleich sehen dass sich das ziemlich ähnelt dem was man beim Darm weiß nämlich dass wir hier wenn wir die Leber gut unterstützen wollen grundsätzlich den Darm sauber halten sollten in Form von Ziolyt oder Vulkanerde die eben Toxine grundsätzlich bindet das kann man tagtäglich einnehmen oder mal als Kur machen man kann auch als Kur ein zweimal im Jahr für ein paar Wochen Pro- und Präbiotika zusätzlich zuführen um einfach vielleicht potenziell vorliegende Dyspiosen zu verschieben zu einer guten Diversität des Darmes wieder zuführen und entsprechend sollte man den Darm eigentlich genauso wie die Leber regelmäßig so eine Art Darmrein muss vormachen Dann haben wir gelernt dass wir zwei Entgiftungsphasen haben Entgiftungsphase 1 und 2 sollten grundsätzlich immer gleichzeitig unterstützt werden weil sonst gibt es einen Stau Sie erinnern sich an die Freien Oxidantien die also wenn es von Phase 1 und Phase 2 geht erinnern sich vielleicht daran dass die Metabolite die dabei entstehen noch toxischer sein können also müssen wir immer schauen dass wir beide Entgiftungsphasen gleichzeitig unterstützen durch diese B-Vitamine wie wir gesagt haben durch die verschiedenen Antioxidantien durch Schwebenhaltige Gaminosäuren aber auch durch den puren organischen Schweben wie MSM und natürlich auch die Ausscheidungsorgane und den Geilenfluss unterstützen ob das jetzt mit Bitterstoffen in Form von Tinkturen ist oder ob das Durchgabe von Nahrungsmitteln wie Artischocke oder Kurkoma ist aber vor allem die Wildbrotter die jetzt langsam sprießen werden helfen uns die Ausscheidung voranzutreiben ja und das wichtigste wie immer ist eigentlich eine Umstellung auf vasenüberschüssige Ernährung das wissen sie und auf den Verzicht insbesondere von Invertzucker und da möchte ich wirklich ganz klar sagen schauen Sie sich die Packungen an drehen Sie sie um und schauen Sie wo Invertzucker drinstehen oder Mais Sirup oder Selbststruktose Sirup was da alles draufsteht und es ist ganz besonders auch bei Nahrungsmitteln die wir unseren Kindern geben da ist unfassbar viel zu finden was fruktoseähnlichen Zucker anbelangt schauen Sie da drauf und achten Sie drauf das besser nicht zu kaufen aber was auch wichtig ist ist natürlich moderate Bewegung bestentäglich und natürlich jede Art von Toxin zu vermeiden jetzt wollte ich Ihnen hier noch mal ganz kurz einen kleinen Überblick geben wie Sie selber zu Hause schon mal Ihrer Liebe entlasten können und das können Sie ruhig paar Mal im Jahr durchführen oder sogar auch einmal die Woche wo Sie sagen ich trinke jetzt die ein bis zwei Tage und hier habe ich es angegeben drei bis sechs oder sieben Tage eben mal gepresste frische Gemüse- und Wildkräutersäfte und dazwischen Wasser keinerlei Nahrung damit eben die Autophagie also die Selbstverdauung von Trümmern Zelltrümmern und sonstigen Schleuder Radatsch angeregt werden kann und dann können Sie das nach einer Woche zum Beispiel dann umleiten indem Sie dann Smoothies aus grünem und bunten Gemüse trinken wo Sie jetzt hier auch Proteinpulver zum Beispiel als Handprotein oder als Lupinienmehl Protein oder was auch immer Sie finden was nicht Milchprotein anbelangt dazugeben und das können Sie einfach ab und zu mal im Jahr durchführen das wird auf jeden Fall Ihren Darm und Ihre Leber entlasten was sehr gut hilft bei Leberbelastung durch zum Beispiel Viren oder andere Parasiten ist die Infrarotzauna also da eine Möglichkeit finden kann ich das nur empfehlen es regelmäßig auch zu machen oder auch ganz normal zu sanieren es wird natürlich jetzt gerade sehr schwierig sein durch Corona ist ja alles zu aber Sie werden es nicht glauben der Kauf von Infrarotsauen hat dramatisch zugenommen sodass man es nicht mal per Internet in den nächsten Wochen kaufen kann das ist jetzt eine Wartezeit von mehreren Monaten mittlerweile ja hat sich oben besprochen dass das auch bei Viren hilft dann kann man natürlich regelmäßig Leberwickler machen und die kann man ganz einfach machen entweder man nimmt zum Beispiel die Kardinaltinkturen und befeuchtet damit ein Tuch und legt sich das auf die Leber und dann legt man ein zweites Tuch oben drauf und legt da eine Wärmflasche drauf oder man nimmt zum Beispiel Ackerschachtelhalm Tee macht daraus einen Sud und legt dann da einen Lappen rein und lässt das dann auf der Leber draußen aufgelegt paar Stunden liegen oder auch meinetwegen nur eine halbe Stunde das reift auch schon und das aber vor allem regelmäßig das unterstützt wunderbar auch die Leber dann kann man natürlich durch Lymphmassagen auch den Lymphfluss anregen weil es muss ja auch alles abfließen können und man kann durch bestimmte Tees zum Beispiel den sogenannten Steinbrecher-Tee auch die Niere unterstützen damit es ausgeleitet werden kann weil es die Leber entgiftet hat oder zum Beispiel auch dass man Kardinaltinkturen sich in Wasser einfügt und es über den Tag hinweg trinkt so genannte Leberreinigungen gibt es ja verschiedenste Sie kennen bestimmt die Leberreinigung von Hulda von Clark oder von Moritz oder auch von Markus Rothkranz oder Florian Sauer ich kann sie eigentlich nur ans Herz legen sich damit mal zu beschäftigen ich persönlich habe die von Florian Sauer gemacht ich muss sagen sie hat sehr sehr eingeschlagen auf jeden Fall sollte man sie mindestens ein bis zweimal im Jahr machen und schon sechs Monate Drause dazwischen lassen es sei denn man ist sehr stark Leber belastet dann sollte man es auch unter ärztlicher Aufsicht durchaus mehrmals im Jahr machen maximal viermal im Jahr und das Ganze aber auch unterstützen mit Einläufen ob das jetzt Einläufe mit grünem Kaffee sind oder nur mit laubarem Wasser ist jetzt nicht so wichtig aber hauptsächlich man macht sie regelmäßig hier noch ein paar Beispiele für eine Saftkur für die die es interessiert Apfelsäure ist immer ganz gut und auch Gallensteine Nierensteine zu lösen deswegen sollte man wenn man das macht gerne auch auf sauren Apfel wie zum Beispiel Boskop oder sonstige Topasäpfel und weiter auf dem Markt greifen und entsprechend dann andere Gemüsesorten dazunehmen die zum Beispiel viel Basen aber also basische Mineralien beinhalten zum Beispiel Stauden oder Stangsellerie und Gurke ja und dann kann man jetzt eben auch wechseln mal mit anderen Sachen wie zum Beispiel mit Inulin Halt wie Tomilambur was wiederum auch den Darm gut unterstützt ja und davon kann man eineinhalb Liter am Tag verteilt trinken am besten nur bis sieben Uhr abends weil danach sollte auch die Leber wieder ruhen dürfen mit viel Wasser dazwischen ja und wenn man jetzt rausgeht und langsam der Giersch wieder wächst oder Löwenzahn wieder wächst dann sollte man das unbedingt auch noch unterstützen mit verschiedenen Wildkräutersäften die man sich wirklich presst am besten täglich davon sollte man aber wirklich erstmal nur ein bis zwei maximal Schnapsleser nehmen je nachdem wie groß man auch ist weil Wildkräuter haben natürlich sehr viel Chlorophyll Chlorophyll ist eine super Antioxidanz das braucht man wieder für die Entgiftungsphasen eins und zwei wie Sie ja gesehen hatten aber auch viele Bitterstoffe und das heißt wenn man das nicht gewöhnt ist sollte man das langsam starten dann kann man dann zum Beispiel auch aus Weizengras oder aus Dinkelgras oder Gerstengras ist ein Grassaft pressen und ich sage jetzt hier wirklich pressen also nicht in einem Smoothiegerät reinmachen sondern in einer Saftpresse wo wirklich nur der pure Saft rauskommt und das Ganze dann auch noch mit Stangen Selleriesaft oder Fentilsaft verbinden und zum Schluss also man kann erst den Frödersaft trinken dann Grassaft und dann zum Beispiel Stangen Selleriesaft dann einen Granat abgesagt weil der noch sehr viele Flavonoide beinhaltet Sie erinnern sich die Flavonoide sind wichtig in der Phase 1 Entgiftung der Leber um also praktisch sowohl die Phase 1 als auch die Phase 2 gut zu unterstützen denn wir wissen wir wissen immer gleichermaßen zu unterstützen damit eben oxidativer Stress durch Anhäufung von Zwischenprodukten aus der Phase 1 vermieden wird die die gesunde Leber braucht immer auch einen gesunden Darm und ich sage hier auch meine gesunde Niere weil es muss natürlich auch immer aus dem Körper ausgeschieden werden können und was ganz wichtig ist möchte ich noch mal ins Herz legen selbst wenn Ihr Arzt sagt Ihre Leberparameter sind in Ordnung und Sie fühlen sich trotzdem schlapp und müde und haben das Gefühl Ihr Hirn ist vernebelt dann gehen Sie auf die Suche denn Leberparameter sind oftmals noch in Not aber die Leber kann schon längst verpettet sein und denken Sie wieder dran die Schlangheit bedeutet nicht zwingend Leber gesund also auch ein schlanker Mensch kann bereits eine Fettleber haben so ich hoffe ich habe Ihnen viele praktische Anleitungen geben können wenn Sie jetzt noch Fragen haben können Sie die gerne bitte noch im Chat stellen ansonsten herzlichen Dank schon mal vorab fürs Zuhören fürs Einschalten und für alle die die sich ausklicken wollen einen wunderschönen Abend wünsche ich ansonsten schreiben Sie gerne noch in den Chat Schauen wir mal da was kommt das ist Tja also ich sehe hier kein Chat gerade jetzt brauche ich mal ein bisschen Hilfe von meiner lieben Kollegin haben wir denn hier Fragen ich weiß jetzt nicht ob Fragen reingekommen sind oder nicht weil ich hier gar gar nichts sehe gut ansonsten können Sie mich sehr gerne auch privat anschreiben wenn Sie auch noch mal Fragen zur Leberreinigung haben wo Sie vielleicht ein paar Informationen benötigen können Sie das natürlich gerne tun ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für die fürs Zuhören und wünsche Ihnen allen noch einen wunderbaren Abend machen Sie es gut und bleiben Sie gesund bis dahin an 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 Untertitelung des ZDF, 2020